So, kleine Testaufnahme. Hallo, ich bin der Test. Ich, du bist der Test. Moin, willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein neuer Tag, ein neues Glück. Auf zu unserer letzten Runde. Wir sind auf dem Weg zur Kurbelache, um dort ein bisschen Canning zu machen. Unsere letzte Tour für unsere Abenteuer-Tour. Letzte Video. Wir sind auch gespannt, wir waren auch noch nicht. Soll wohl landschaftlich ganz schön sein. Das werden wir jetzt herausfinden und ihr seid mit dabei. Bis gleich. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank für den Canyon Mountain für die geile Tour. Hat super Spaß gemacht. Also war richtig, richtig, richtig geil. Ja, wir fahren jetzt sechs Stunden zurück nach Hause. Hat super Spaß gemacht. Unsere Tour war echt cool. Ja, wenn es euch gefallen hat, wäre cool, wenn ihr ein bisschen was kommentieren könntet, liked, abonniert. Ja, vielleicht auch empfehlt, was wir probieren können. Genau, also wir sind für alle Empfehlungen offen. Vielen, vielen Dank für alles. Bleibt dran. Im nächsten Video geht es weiter mit irgendwas anderem. Also, also haut rein. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.